Ich gehe aber trotzdem aus, dass unsere Akustik für heute ausreicht und ich freue mich, eine Rednerin ankündigen zu dürfen, die ihr alle kennt. Es ist eine gute Freundin von Pegida, eine DDR-Bürgerlechterin, sie kennt sich aus, sie hat den Bundestag auch von Ihnen gesehen. Begrüßt mit mir Angelika Barbe. Liebe Patrioten, ich grüße euch und zwar mit dem Schlumpf, das Erkennungszeichen des Widerstandes für uns alle. Es ist unglaublich, dass hier auch Artikel 8 Grundgesetz, das Versammlungsrecht gebrochen wird. Ich frage Herrn Schuster, der hier Innenminister ist, warum er sowas zulässt. Das ist unzumutbar und es wird immer behauptet, sie wären alle Demokraten, aber sie brechen gleich Artikel 8 des Grundgesetzes. Pegida wurde ja auch von Patzelt, von unserem Politikwissenschaftler Patzelt, wurde Pegida ja auch dokumentiert und er hat damals schon gesagt, ich kann mich erinnern, 2017 hat er gesagt, Pegida ist eine rechte Bilderbewegung, die ihrer Zeit voraus war. Und sie feiert heute in diesem Jahr 10-jähriges Bestehen. Das ist eine ganz großartige Leistung und dafür müssen wir allen danken, Lutz Bachmann, Wolfgang und das Kaufgericht und allen anderen. Helmut Schmidt Widerstand! 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 Unterrichtgesellschaften! Und das sehen wir jetzt, er hat damals schon gewarnt und heute findet es statt. Das lassen wir uns nicht weiter gefallen und fordern, wie, da müssen wir sogar Scholz Recht geben. Wir müssen endlich, im großen Stil abschieben. Aber unsere angeblichen Demokraten verhalten sich völlig undemokratisch. So hat Rupert Scholz, der Verfassungsrechtler, hat neulich im Leserbrief geschrieben. Er fordert den Rücktritt von Heidenbank, weil Heidenbank ein undemokratisches Amtsverständnis hat. Und hier fordert, er hat ja geschrieben, Meinungsfreiheit ist kein Freibrieb. Wer sowas äußert, hat an der Spitze einer Institution nichts mehr zu suchen. Und diese Forderung nach dem Rücktritt stelle ich auf. Wir haben Wahlen in Ostdeutschland vor uns. Und so wie wir die ganze Regierungsmannschaft einschätzen in Berlin, müssen wir uns darauf vorbereiten, die Wahlen auch zu kontrollieren. Briefwahlen müssen eigentlich abgeschafft werden, aber wir werden es nicht schaffen bis dahin. Deshalb dürft ihr keine Briefwahlen mitmachen. Und ihr müsst darauf achten, dass die Leute selbst an die Urnen gehen, an die Selbsturnen gehen und selber wählen. Denn nach Artikel 8 Grundgesetz sind nur die freien, unmittelbaren Wahlen gestattet. Das heißt, sie direkt an der Wahlurne passieren. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Lasst das nicht zu. Demokraten müssen sich engagieren, müssen Wahlbeobachter sein, selber Wahlhelfer sein. Dann macht das schon jetzt bei den Europawahlen und dann unbedingt bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Und denkt dran, BSW wird das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist eine von der Regierung gesteuerte und finanzierte Opposition. Denen dürft ihr nicht auf den Leim gehen. Wenn ich mit Leuten spreche, frage ich sie immer, wisst ihr wen Sarah Wagenknecht finanziert? Nein, sie wissen es nicht. Sie finanziert dieses Pack, was dort steht, die Antifa, wird von Sarah Wagenknecht finanziert. Sagt das weiter und lasst euch nicht Sankt in die Augen streuen. Das konnten die Kommunisten nicht und das können die heute auch nicht. In Japan, was ich noch sagen will, in Japan gingen die Leute gestern zu Massen auf die Straße gegen das WHO-Pandemie-Gesetz. Wir haben Corona erlebt und diese finanzierte Organisation, die WHO, die will jetzt wieder uns eine nächste Pandemie aufdrücken. Und zwar hat Bill Gates diese WHO gekauft. Weiter ist das nichts. Wehrt euch dagegen, macht Proteste und lasst euch nicht gefallen, dass die WHO hier mit dem nächsten Gesetz alles platt macht. Denn sie verletzen unsere Gesundheitsrechte und sie begehen damit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die RKI-Protokolle haben jetzt gezeigt, die Politiker sind schuldig. Lasst es nicht zu, dass sie Krokodilsdrehen wollen. Sie gehören vor den Kagi. Sie müssen vor ein Strafgericht, sie müssen bestraft werden. Wenn ihr das nicht fordert, dann geht es ihnen so wie den SED-Verbrechern. Die sitzen heute überall und werden gepampert und müssen sich gar nicht zu ihrer Verantwortung stellen. Das darf den jetzigen Leuten, mit denen wir eigentlich das Grundgesetz vertreten, nicht passieren. Sie müssen sich verantworten für die Straftaten, die sie begangen haben. Und schon gar nicht dürfen wir ihnen irgendwas verzeihen. Das können immer nur Opfer und das kann nur passieren, wenn jemand Reue gezeigt hat. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen zu uns Ostdeutschen. Wir Ostdeutschen müssen mit unserem Selbstbewusstsein viel stärker auftreten. Unsere Vorfahren haben wir im 17. Juni für Einigkeit und Recht und Freiheit gekämpft. 1989 haben wir Einigkeit und Recht und Freiheit gekämpft. Und jetzt werden wir das wieder tun. Zwischen 1953 und 1989 lagen 36 Jahre. Und jetzt zwischen 89 und 24 Jahren, jetzt bei den Freien Wahlen, liegen 35 Jahre. Es ist also immer der Abstand von Generationen, wo Menschen wieder deutlich wird, sie müssen sich selbst für Einigkeit und Recht und Freiheit einsetzen. Machen wir das gemeinsam. Und der Schlumpf hilft uns dabei. Dankeschön. Frau Barbe, wir sind noch live. Vielleicht können Sie meinen Zuschauern mal ein bisschen, was haben Sie denn für einen Eindruck von den Bauern-Demos? Ich habe im September selber einen Artikel geschrieben zu den Problemen Bauern in Not, alle tot. Und habe die ganzen Probleme aufgelistet, die sind. Ich stamme selber vom Bauernhof, weiß, was landwirtschaftliche Arbeit bedeutet und quatschen nicht wie hier unsere Politiker aus irgendeinem Nähkästchen, was sie gar nicht kennen. Also die Probleme sind massiv. Und man muss wissen, dass die Bauern mit Düngemittelverordnungen, mit Verordnungen zu den Streumitteln belastet sind. Und sie müssen 4% Fläche stilllegen, was ja hier heute auch deutlich kommt. Das heißt, sie haben Auflagen für Ställe. Also wenn ein Schwein Ferkel bekommt oder eine Kuh kalt, dann müssen jetzt neue Anforderungen erfüllt werden. Das heißt aber Investitionen von 10.000, 20.000, 30.000 Euro, die die Bauern machen können. Sie haben aber keine Planungssicherheit. Und wenn ich nicht weiß, was ich loswerden kann, was ich verkaufen kann, kann ich auch nicht solche Investitionen tätigen. Das ist ein Riesenproblem. Hinzu kommt, wir haben ja jetzt ein Problem mit der Ukraine. Ukrainisches Getreide, das wird hier einfach in Europa abgeladen. Das sollte ja eigentlich nach Afrika. Und hier werden Bauern, werden die Preise gedrückt und es wird hier ukrainisches Getreide verkauft. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimme ist, dass dieses Getreide unter ganz anderen Bedingungen angebaut wird als bei uns. Die haben überhaupt nicht die Auflagen. Sie haben nicht die Auflagen für Düngemittel, nicht für Spritzmittel. Sie haben nicht die hohen Löhne. Und sie führen dazu, dass die Bauern in Europa, auch die Polen, die Slowaken, die Tschechen, dann weniger Umsatz haben, diese Bauern. Heute habe ich hier auch polnische Bauern getroffen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wir sind alle betroffen. Also das, was die Bauern hier fordern, betrifft uns alle. Und es liegt nicht am Ukraine-Krieg, wie uns hier Habeck immer erzählt, sondern es liegt an der scheiß Energiepolitik, Entschuldigung für das Wort, die hier gemacht wird. Wir könnten unsere Kernkraft wieder aufbauen und wir hätten nur die Hälfte unserer Energiepreise zu zahlen. Jetzt will man den Bauern sogar, die EU plant sogar, die EU plant sogar, die Altautos zu verbieten. Das heißt, die sollen alle gezwungen werden, E-Autos zu kaufen, obwohl gar nicht die Elektroenergie da ist und es unbezahlbar ist. Also das, was die Bauern hier ansprechen, ist ganz wichtig. Ein anderer Bauer berichtete, dass er jetzt überwacht wird. Mit Drohnen wird alles überwacht, was sie anbauen, was sie tun. Also eine totale Kontrolle, wie in der DDR, wie im Kommunismus. Man muss ernst nehmen, was Habeck gefordert hat, in einem Interview mit Precht vor ein paar Jahren. Die wissen ganz genau, was sie tun. Es ist keine Inkompetenz, sondern sie sollen umsetzen, was Schwab ihnen gesagt hat. Sie wollen ihre kommunistischen Kontrollpläne umsetzen und uns uberziehen. Es ist doch egal, ob jemand Fleisch essen will oder nicht. Nein, das wollen sie nicht. Sie wollen uns Laborfleisch, was Bill Gates produziert. Das sollen wir kaufen. Und wir sollen auf echtes Fleisch von Tieren, wir sollen auf echtes Gemüse verzichten. Es wurden jetzt Hühnchenfleisch im Labor gezüchtet. Es wird Gehenfleisch im Labor gezüchtet. Und wir sollen also gedrucktes Fleisch essen, wo also Fäden, Proteinfäden zusammengepresst werden. Das ist ihr Ziel. Man muss sich mal angucken, welche Gewinne die in den letzten Jahren schon gemacht haben. Und mit diesen Typen arbeitet auch leider der große Bauernverband, der Rufried zusammen. Der ist im Aufsichtsrat der KfW, also wo Fördergelder vergeben werden. Wenn man diese Zusammenhänge sieht, und da muss sich jeder darum kümmern, dann sieht man, wie gefährdet wir von allen Seiten sind. Und die Bauern bringen es nur auf den Punkt, obwohl sie nur 1,5 Prozent der Bevölkerung ausmachen, kriegen sie ein Übermaß an Steuern aufgeboren. Und mit dieser Lüge muss man vor allen Dingen aufräumen, es ist keine Subvention, die sie bekommen. Sie müssen den Diesel an der Tankstelle kaufen, wie jeder. Da sie aber mit diesem Diesel nur ihre Ackerflächen befahren, kriegen sie am Ende des Jahres die Hälfte wieder zurück, zurecht. Wenn sie das jetzt nicht mehr kriegen, dann werden sie mit Steuern zusätzlich belastet. Das muss man wissen. Und das ist das, was uns allen lügt. Sie machen es ja mit dem Heizungsgesetz, mit allem Möglichen. Wir sind alle bedroht. Alle sollen hier zu Bürgergeldempfängern werden und abhängig von dieser Ampel, von diesem Typ. Ist dann ihr wichtig, dass auch wirklich alle zusammen mit der AfD eigentlich alle zusammen auch für dasselbe kämpfen? Ja, na selbstverständlich. Aber ich denke da an die DDR. Wir haben in der Bürgerbewegung alle ein Ziel gehabt und die war weg mit der SED-Regime. Und das muss uns einen. Und da kann man nicht sagen, da eine Brandmauer, da eine Brandmauer. Das ist total falsch. Darauf soll ich es raus. Ich bin selber nicht in der AfD, aber ich unterstütze die Andi, weil sie für mich das vernünftigste Programm überhaupt darstellen. Genau. Und solche falschen Propheten wie Ramelow, der muss weg. Der muss man sich auch vorstellen, der ist nicht legitimiert und sitzt trotzdem in der Regierung, lässt sich nicht wählen. Solche Typen müssen weg. Ja, und diese Regierung ist auch nicht legitimiert. Denn sie haben hier in Berlin die Wahlen gefälscht und jetzt nach zwei Jahren fangen sie an, in ein paar Wahlkreisen nachzuwählen. Es ist alles verlogen und gefälscht und das soll man nicht akzeptieren. Genau. Das Programm ist auch nicht antidemokratisch. Das Programm der AfD. Überhaupt nicht. Jeder kann nachlesen. Ich habe es mal verglichen mit dem CDU-Fraktion. Es ist fast das Gleiche drin. Also wenn hier gesagt wird von Leuten, die es nicht gelesen haben, das wäre anders. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sie sollen nicht auf diese Lügen der Mainstream-Politiker und Journalisten hereinfallen. Selber nachlesen. Wie Brecht schon gesagt hat, lasst ihr nichts einreden, Genosse. Sie selber nach. So ist es. Vielen, vielen Dank, Frau Borbe. Ach so. Ich habe jetzt selber noch ein Artikel dazu geschrieben. Oh, danke. Danke. Vielen Dank. Nehme ich gerne mit, Frau Borbe. Vielen Dank fürs Gespräch auch. Dankeschön. Ich nehme es gerne mit. Danke. Danke. Du hast ja ein Ziel vor den Augen, damit du in der Welt nicht nicht bist. Damit du weißt, was du machen sollst, damit du einmal besser leben wirst. Denn die Welt auf dich will genau wie du siehst. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Das Leben ist eine schöne Logie. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Das Leben ist eine schöne Logie. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Wir sind Soldaten, wir sind Soldaten, Herr Koppelsgrüß. Es wird nicht lange mehr dauern und es wird Friede sein. Und wie nach Regenschauern kehrt wieder Sonne ein. Wie eine Angstkulisse stehen Trümmer um uns her. Es soll das Ungewisse uns schrecken bald nicht mehr. Es hat die Not ein Ende, wenn ihr die Zeit bestimmt. Und in die eigenen Hände das Volk sein Schicksal nimmt. Denn Arbeiter und Bauern kommen überein. Wird es nicht lange mehr dauern und es wird Friede sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.